Hä? Da, hä? Fertigkeit, Seelenteil. Wieso? Ach, Fertigkeit. Da muss ich auch richtig gucken. Ne, ich seh's im... Ah, da. Bäh, doof. Ein Buch, mit dem die Gruppe Zugang zur Fertigkeit, Erfahrung, Beteiligung erhält. Okay. Fertigkeit. So. Erhalte Bonus-Erfahrung, ohne am Kampf teilzunehmen. Aha. Na dann. Aktivieren. Aktivieren. Und am besten aktivieren wir es bei euch auch mal, weil man ja nie weiß. Oh, was haben wir hier? Noch irgendwas Gutes. Immunität. Nein. Blitzabwehr, Windabwehr, das so, Erdschutz, alles an. Euch auch. Nicht, dass ihr irgendwann mal aus dem Kampf genommen werdet. Aus irgendeinem Grund, den wir nicht verstehen. Bäh, bäh, bäh. Wir haben ja noch ganz schön viel, äh, frei. Hm. Wieso haben wir dann jetzt nicht, äh, dann holen wir die Erholzeit mal dazu. Den Rest lassen wir einfach so. Okay, das ist interessant. Jetzt gibt's immerhin die Bonus-EP noch für die faulen Säcke. Geh, oder? Ein Dichter hat extrem schwerer Stein. Ha. Oh. Der Zauber eines guten Tees. Bleib auf dem Weg. Der Fehl könnte sich überall um uns sein. Ja, Frau. Wie geht's denn, wenn wir eine Pause haben? Aber jeder will für die Tee? Das ist gar nicht die Zeit für die Tee. Was heißt das? Hier, ich habe ein paar von meinen Lieblings-Plein. Hm. Also, ein Moment's Rest, dann. Aber bleib ruhig. Das ist gut! Es schmeckt wie Sonne! Es ist wunderbar. Nicht nur die flavor, aber auch die Aroma. Das ist mein eigenes Spezial-Mix. Der Aroma kommt aus zahlreichen Fruitspielen. Das ist sehr komisch. Nach nur einem Kuchen fühle ich mich komplett energetisch. Ich bin besser als immer! So ist die Magik von guten Tee und Eidol-Konferenzen. Eigentlich Zeichentrick-Film schauen. Also eine Zeichentrick-Serie. Das ist ja kein Anime in dem Sinne. So, hier geht's weiter und wir haben keinen Speicherpunkt. Gut. Nordösterreicher Bereich. Okay, hier haben wir einen Speicherpunkt. Das da ist anscheinend der Rückweg, ja? Und da geht's nach Xiandu. Okay. Schauen wir mal, was uns hier noch erwarten wird. Außer einem langen Speichervorgang. So. Vielleicht wieder ein bisschen Glitzer, hier und da. Das Puschel, das hüpft da rum, Hohmann. Der sieht bisher immer wieder dieselben Gegner in anderen Farben. Frau Mila! Ich glaub es nicht. Was ist das für ein Spack? Es ist ein Miracle! Du kannst gehen! Ivor? Was machst du hier? Wer ist dieser Mann? Mila ist Handmaid. Das war's für ein Spack. Jetzt können Sie sich zurückkommen, muss ich zurück in der Stadt einmal aufpassen. Bitte. Wenn etwas anderes passieren würde, nicht mehr was ich machen würde. Ich kann noch nicht zurückkommen. Ich habe Geschäft in Fenmont. In diesem Fall, ich empfinde dich. Das wird nicht möglich. Ich habe alle Hilfe ich brauche. Von diesen Leuten? Diese Leute, Jude und Leia hier, haben mich wiederholfen. Sie können sich vertraut werden. Jude wieder? Ich bin Leia. Schön, dich zu treffen. Er hat ein paar Probleme, oder? Ja. Du musst fühlen sich ziemlich gut mit dir selbst, jetzt die Frau Mila ist wieder auf uns. Na, ich versuchte, dass ich sie wiederholfen würde. Und hier ist sie, zu gehen. Wie darfst du auf das Geheimnis nehmen? Es war alles wegen der Frau Mila's divine Kraft! Maxwell, du bist! Ich war die Person, die sie zu helfen! Entschuldigung? Das stimmt. Ich bin Leia. Bege für deine Verabschiedung, du Verabschied. Ich bin Leia. Kann ich deren Pfeil in die Brust kriegen und sterben? Was? Es scheint, Jude ist die größte exzentrische Firma. All seine Verabschiedungen sind so... unieb. Ivor, ich habe dir eine wichtige Mission gegeben. Warum bist du hier? Ich habe nicht vergessen, über die Gefahr der Stadt. Ich habe die Gefahr der Stadt gebeten. Und das Buch, du hast mir gebeten, ist sicher. Ich habe es in einem Ort in einer anderen Ort, zu einem anderen Ort. Aber ich habe es gerade gewonnen. Ich habe es gerade bekommen. Maxwell ist in Schmerz. Du musst sie wiederholfen. Ich habe ihn sofort. Ich habe sofort zurückgefallen. Ich habe nur noch mit dir, Frau Mila. Wer hätte das geschrieben können? Danke, danke, danke. Danke. So, und jetzt wird's interessant. Okay. Brut Taurus. 70.000 Leben. Ui, heftige Stärke und so weiter. Schwäche nur Wasser. Das ist jetzt uncool. Hm. Viel EP. Wir haben, glaube ich, sogar noch einen Bonus drin. Ähm. Ja. Mit wem verbinden wir uns denn jetzt? Haben wir einen Wasserangriff mit irgendjemandem? Hier, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir bleiben uns im Tetra-Ding dann. Und ich hasse Schweinen in Tales of Games. Mal gucken, was das Fieser drauf hat. Au, das war schon mal nicht cool. Wie hat das passiert? Komm schon, hier. Das war doch schon mal cool. Oh, oh. Ah, es hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Oh nein, falsche Richtung. Oh, das kann doch ziemlich daneben gehen. Schade. Mal verteidigen. Besser hier so. Nein, du kannst jetzt... Ah, du Mistding. Oh. Wow. Das war heftig. Nein, nein, nein. Okay. Starker Tobak. Ähm. Meine Liebe, du drückst mir mal bitte ein Zitronengummi rein. Sehr schöne Sache. Au. Okay, verteidigen. Oh, oh, oh. Muss definitiv sein. Das Vieh ist nämlich echt nicht ohne. Oh, ich dachte, das geht in die andere Richtung. Na, okay. Verteidigung. Hat nicht funktioniert. Oh, ja. Jetzt aber. Komm hier. Sehr schön. Mehr oder weniger. So, wir lassen uns am besten nochmal heilen, weil das Vieh haut gut rein. So. Ah, es kommt noch kein Konter von ihm. Jetzt. Okay. Oh, oh, oh. Nicht gut. Au. Was war das? Was? Ich will hier... Boah. Ey, 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 ey. Übel. Äh. Ich bin nicht mehr verbunden. Warum? Wir sind so unterbrochen, dass wir uns nicht verbinden können. Okay. Interessante Fähigkeit. Mistding. Boah, hörst du auf. Jetzt brauchen wir gleich ein Allheilmittel. Äh. Moment, ich hab doch hier irgendwas... Oh, verdammt. Ah, wir sind geheilt. Sehr gut. Du Mistschwein, du doofes. Hier, komm. Zack. So, und in der Zeit wird der liebe Jude ein Orangengummi an die liebe Elise weitergeben. So, und jetzt hauen wir dich noch ein bisschen... Oh, verdammt. Verteidigung. Nein. Was kommt jetzt wieder? Oh, nicht schon wieder das. Hilfe. Das können wir halbwegs blocken, leider nur. Ah, wir sind nicht mehr verbunden, war ja klar. Komm schon, heil dich selbst oder werde geheilt. Ist mir egal. Uah. Buddelt sich wieder ein und ich muss mich eigentlich mal, äh, so, am Auge kratzen. Tja. Ähm, ja. Ja. Du. Allheilmittel. Zack. Oh, brauchst du gar nicht. Also wir können uns wieder verbinden. Gut. Mist. Okay, wir sind wirklich dann definitiv zu weit weg. Ich dachte, wir würden dann... Au. Irgendwie range, äh, führt werden. Oh, das hat dir jetzt fast wehgetan. Zack, zack und batz. Sehr schön. Schöner Heal. Ich bin stolz. So, aber... Du brauchst nochmal einen Orangengummi. Boah, jetzt kommt er schon wieder. Ah, wir sind... Gerade so vorbei. Oh, das hat... Hat funktioniert, sehr schön. Damit können wir den Gegner scheinbar relativ gut... Boah, was geht denn jetzt? Rumschmeißen, wollte ich sagen. Boah, das war zu viel. Wir hätten doch nicht den... den Special Move angehen sollen. Ähm, ach, du bist noch gestunnt. Okay. Oh, da hast du noch mal Glück gehabt, Elise. Nein, 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 das war... Oh, der Heal kam gut. Nein, 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 ich muss verteidigen. Boah. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Das war... Das ist gefährlich. Zack. Äh, drück mir das Gummi noch rein. Sehr schön. Na los, fall auf den Boden. Fall auf den Boden. Ich hab gesagt, du sollst auf den Boden fallen. Ja, ist okay. Ist okay. Ich verteidige mich ja schon. Mistvieh. Schon wieder? Boah. Meine Güte, ist das Akku. Was kommt jetzt? Der Hinterteilschwung, ist klar. Ah, jetzt buddelt sich wieder ein. Boah. Oh, hat schon mehr als die Hälfte verloren. Okay. Ich würde sagen, du gibst dir wieder ein Orangengummi. Ist das da jetzt ein Enrage-Mode? Moment. Moment. Ein Erdgoblin. Das Vieh ruft jetzt. Geht's noch? Au. Au. Das ist fies. Das ist echt... Echt fies. Noch ein Ed. Willst du mich verarschen? Ich glaub's nicht. Na los, komm hier. Zack. Du musst sterben. Äh... und du musst geheilt werden. Stirb, du trägst Ding. Äh... Ist da noch ein Ed? Ja. Der Erdpopbel hier. Ob das trifft? Nope. Oh, Mann. Erstmal die Eds weg, wie immer. Doch, du kannst weitermachen. Hier, kriegst noch ein Zitronengummi. Okay, lutsch das und dann bist du wieder fit. Jetzt stirb, du kleines Drecksding. Geh drauf, hier. Okay, wir entkoppeln uns mal und... Wir spielen jetzt mal zusammen, Elise. Wir haben hier was zu erledigen. Können wir auch Arzt linken? Hier? Nein. Okay. Ist aber nicht weiter schlimm. Da. Das ging jetzt... Oh, mein Gott. Oh, fast in die Hose. Autsch. Genau, yummy. Genau das sollst du machen. Und... Du brauchst ein... Ananaskummi. Ja, komm, ein Ananaskummi ist gut. Komm schon, hier. Äh, buddelt sich wieder ein, Dreck. Autsch. Ah, und wir können wieder nicht lenken. Passt aber. Hast du wieder ein Ed gerufen? Nein, hat er nicht. Okay. Oh, das hätte jetzt fast ziemlich weh getan. Oh, 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 oh. Oh, wow. Okay, das bricht einfach die Verteidigung. Boah, hammerhart. Ähm, ja. Verbinden mit dir und dann mal wieder unser Tetra reinhauen. Und in der Zeit kriegst du ein Orangengummi, Elise. Oh, yeah. Tetra Elements ist ein ziemlich cooler Skill, muss ich schon sagen. Na, scheiße, es hat geblockt bekommen. Buddelt sich wieder ein und... Okay, stark, stark. Autsch. Ah, Verteidigung. Yes. Meine Güte. Ah, das Mistvieh geht mir jetzt schon auf den Nerv, aber ist nicht so schlimm wie das Einbuddelschwein in Tales of Crisis. Das war schlimmer. Nein, nein, nein. War das jetzt ein Ed rufen? Nein. Es war Steine schmeißen. Au. Okay, Mistding. Oh, es lässt sich nicht auf den... Oh, Boden schmeißen. Ähm, Apfelgummi bitte. Ach, ich würde sagen, wir verbinden uns mal kleine. Oh, das kam richtig gut. Au, 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 au. Wir können uns nicht mehr verbinden, ist klar. Ja, ich habe es mitbekommen und deswegen kriegst du auch ein Ananas-Gummi. Weil du das wirklich brauchen kannst. Oh, 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 oh. Ach, Dreck. So, wir verbinden uns. Ach, das Binde... Äh, bricht ja die Verteidigung. Das vergesse ich jede Tour. Ähm, bam, bam. Kurz wieder an der Nase kratzen. Du kriegst jetzt einen davon und wir machen... Oh, oh, oh. Genau, wir machen oh, oh, oh. Weil es wieder den Hüftschwung macht. Aber... Ha? Das passt... Sch-sch-sch... Schon. Mistvieh. Okay, wir brauchen Heilung. Shit. Und das Item geht noch raus. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Oh, kommt schon. Ich würde sagen, du heilst uns jetzt einfach. Oh, war vielleicht doch nicht die beste Wahl. So, ja, du bist ready. Das finde ich wunderbar. Aber du hast keine TP und das ist scheiße. Hör auf, uns hier anzuzaubern. Aber das ist uncool. Nein, das ist echt uncool gerade. Ich habe sie doch so eingestellt, dass sie trotzdem noch beleben sollte. Meine Güte. So, wir versuchen das Vieh jetzt wegzuspammen. Wir werden ja zum Glück jetzt gerade nicht getroffen. So, und du darfst natürlich sie wieder beleben. Und dann wollen wir uns, au, 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 mit Leia verbinden. Und dann machen wir das Vieh hier weg, so. Objekte sind noch nicht ready, okay. Das kam aber schon mal ziemlich gut. Jetzt sind Objekte wieder ready, das heißt, du heilst uns. Ja, buddel dich ein. Okay, komm nicht bei uns raus, das ist gut. So, und jetzt sind wir wieder dran. Yeah. Ja. Wir haben kurz die Oberhand verloren, aber... Wir kriegen noch einmal aufs Maul. Oh, 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 oh. So ein Scheiß. Wir sind nicht rechtzeitig in die Verteidigung reingekommen. Kommt schon, Mistvieh. Na. Dreck. Dreck, 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 Dreck. Wir haben nur noch drei Tränke. So, komm schon, nein. So, komm schon, nein. Also darf sie sich wieder nicht verbinden. Allheilmittel. Lässt dich manchmal nicht beirren, das Drecksting. Wow. So, und jetzt verbinden wir uns aber wieder. Oh, komm schon, meine Liebe. Wir müssen hier, wir müssen hier, äh, unseren epischen Skill einsetzen, sonst wird das nix. Na, jetzt verteidigt sich das Drecksvieh. Oh. Okay. Oh, wieder der Link gebrochen. Das gibt's nicht. Das ist echt nervig. Okay. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gut geheilt. Ich danke dir. Ein Erdgobbo. Ach, da ist noch ein Erd. Ich glaub's jetzt nicht. Mann, wo kommt denn das her? Das hab ich gar nicht mitbekommen, wann er das gerufen hat. Komm schon, komm endlich her auf mein Erd. Wir müssen das Vieh umhauen. Geht doch. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ne, 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 das reicht nicht, äh. Du musst ein Zitronengummi benutzen. Ah, hör schon auf. Komm, stirb. Au, au, au. Au. Uncool. Noch ein Erd. Oh, hör auf. Okay, wir hauen jetzt das Vieh um. Und dann bleiben wir auf dem Schwein, würde ich sagen. Ah, das gibt's doch nicht, das da. Das braucht ja jetzt nicht mehr wirklich so viel. Komm schon. Hier, irgendwie ein bisschen. Ah. Oh, wie viele U-Ads willst du nur noch rufen, Mistding. Komm schon. Au. Okay, ich muss hier mal kurz umdisponieren. Schande, 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 ruft das Vieh-Ads. Aber ein anständiges Tetra-Element. Oder zwei. Nein, 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 so nicht. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Okay, er muss erst auftauchen. Scheiße. So will ich jetzt echt nicht so knapp verlieren. Das fände ich brutal uncool. Jetzt komm schon bei. Und lass dich angreifen. Ah. So, und gleich noch eine Runde, würde ich sagen. Ah. Ah. Leute. Ja. Mistding ist tot. Sehr schön. Dann bleiben jetzt nur noch die Leftovers. Und das sollte machbar sein. Oh, yeah. First try Drecksschwein getötet. Das war doch ein angenehmer Schwierigkeitsgrad, würde ich jetzt mal so sagen. Oh, yeah. Und das bei den ganzen Scheiß-Ads. Keine Ahnung, wie viele es noch sind. Oh, die haben sogar eins getötet. Oder wir haben eins zwischendurch getötet. Komm, Tipo. Tert. Tertra! Wir haben es endlich stoppt. Das war zu nah. Was hat das gemacht? Ich habe es nicht erwartet, dass es so aktiv sein wird. Boah, das war... Angenehm anstrengend. Definitiv angenehm anstrengend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wenn man es vielleicht nicht rausgehört hat, stellenweise. Aber ich habe mich ja nicht so viel aufgeregt. Hat definitiv. War ein schöner Kampf. War ein richtig schöner Kampf. Gott, das ist ca. Ca. 7 Level niedriger. Scheiße. Oh, oh, oh. 10 Minuten, 6 Sekunden ging der Kampf. Heilige Mutter Gottes. Ein 2 Giftstachel, 3 mal Kraut, Verbundwehr und Allheilmittel trank. Ah, jetzt stoppt er das Zeug, womit wir das, was er uns angetan hat, dass wir uns nicht verbinden können, abwehren könnten. Verbindungssiegel. Gut, das brauchen wir, glaube ich, nicht erklären. Wie? Wie? Du bist das schade? Ich dachte, du sagst, der Monster wäre ein Pussycat, jetzt, dass es Solemn und Renome ist hier. Das sollte sein, wenn... Unless... With the four Great Spirits missing, the Spirit Climbs have essentially stopped shifting. Great. How will we cross Fezabel Marsh to get to Fenmont? Cross Fezabel Marsh? You people are out of your minds! Only a Wyvern could reach Fenmont at this point! Fortunately, it just so happens that I, the redoubtable Handmaid, can be of assistance to Lady Mila. You know a way to get there? I have in my possession a Wyvern, faithful only to me! I would be happy to transport Lady Mila to Fenmont. Ivor, is there any other way? Huh? Uh, well, uh, uh... There is, isn't there? Tell me. I have heard of a clan in Shandu that can control monsters. They raise Wyverns there, apparently. I guess that's our next stop. Onward to Shandu. Ivor, thank you. Uh, shall we go? Yeah. You...